Gute, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen, ihr Lieben. Ich bin wieder da, letzte Woche waren wir in Heilbronn auf dem Jahrmarkt, deswegen gab es leider kein Video. Tut mir leid, ich hatte nicht vorher Bescheid gesagt, aber jetzt haben wir hier wieder sehr schöne Angebote für euch. Und ich fange mal direkt an, denn es gibt wieder Hotplot Gazos, die gute Gazos, und es gibt Hotplot AST40, die 24er für 12,99 Euro plus Pfand. Ihr fragt immer danach, es ist sehr beliebt, ein toller Artikel bei uns, deswegen jetzt ist er wieder da. Zoomkist, Wassermelone, 12 Dosen für 4,99 Euro, auch plus Einwegspand. Sehr schöner Preis, und wir fangen mal an mit den Kühlwaren. Wir haben hier High Protein, Reibekäse, 150 Gramm, 1,29 Euro, das ist halber Ladenpreis, also ihr habt 32 Gramm Protein mit hier drin. Wir haben Milram, veganen, Reidel, Käse, Ersatz, wie auch immer, 150 Gramm, 1 Euro nur. Es gibt die vegane Butter für 1 Euro von Megle, und es gibt die sehr gute irische Butter, 250 Gramm, 1,49 Euro, das ist der halbe Ladenpreis. Hoppe, veganer Scheibenkäse, 1 Euro nur, 150 Gramm. Und wir haben hier den Frischkäse im Fass, 200 Gramm in verschiedenen Sorten, den gibt es für 69 Cent, und es gibt Almette Frischkäse hier, das Fässchen, für 89 Cent. Einer der besten Käse, Bondel, Stange, kostet normal 3,49 Euro, wir machen 1,29 Euro. Wahnsinnspreis. Der gute Bio-Hirtenkäse, 200 Gramm für 1,29 Euro, das ist auch Kleingeld für diesen Käse. Hier haben wir einen Käseaufschnitt, 250 Gramm, 1,49 Euro. Es gibt Le Tartar, feine Gräuter, für 1,29 Euro, das ist richtig, 1,29 Euro, genau. Und es gibt hier Emmentaler am Stück, 250 Gramm, 1,49 Euro. Dann haben wir Bacon aus dem Hause, Glockenbäumel, englischer Style, 90 Gramm. Wir machen hier das Top-Angebot, 59 Cent für diesen Bacon, der kostet normalerweise 1,99 Euro. Die Käsetüte ist auch wieder da, die französische Käsetüte, sieben Teile drin für 12 Euro. Immer tolle Käse, super Qualität hier beim Freiliger. Und Heid-Protein-Kaffee-Latte von Ermann, 12 Stück sind drin, die Kiste für 5 Euro, Einzelpreis 69 Cent. Es geht weiter mit gebrannten Mandeln und gebrannten Erdnüsse. Die gibt es bei uns ab 1,49 Euro, die Mandeln 1,99 Euro. Schokobungs, White ist wieder da, 200 Gramm im Discounter, 3,79 Euro. Wir bieten es euch für 2,99 Euro. Es gibt Twinkies Original, 4,99 Euro, statt 9,99 Euro. Dann haben wir Saltlets von Lorenz, die Cracker, die Pausenslacks für 1 Euro. Da spart ihr gute 80 Cent an einer Tüte. Hier haben wir Schnittbohnen, jung und fein, im Glas, statt 1,59 Euro, 79 Cent. Toller Preis, langes Datum, könnt ihr Vorratshaltung betreiben. Der Knaller des Tages, Oreo im Karton. Hier habt ihr 12 Stück drin, 12 Packungen sind da drin, 88 Cent. Das ist fast umsonst. Wir haben Celebrations im Angebot. 186 Gramm statt 2,99 Euro machen wir für euch 1,99 Euro diese Woche. Aber nur im Laden, online ist das nicht möglich, die Suche. Ganz neuer Markt, Happy Crispy Cups. Und hier Happy Crispy Cups Cookies and Cream. Ein sehr schöner Artikel, kosten 1,69 Euro statt 2,29 Euro. Es gibt Kinderregel-Sammeltassen in 4 verschiedenen Motiven, immer mit Kinderregel und Tasse. Statt 7,99 Euro, 5,99 Euro. Sehr schöner Geschenkartikel. Was haben wir hier? Duplo Black & White Limited Edition. 18 Stück sind drin. Statt 4,59 Euro, 3,99 Euro Dauerpreis. Giotto ist da. Das neue Neapolitaner. Kosten mittlerweile auch 3,69 Euro, 2,99 Euro. Weiter geht's. Hier ganz interessant. Ringels aus China und Lays aus China in verschiedenen Sorten haben wir für 2,99 Euro. Online müsste es auch noch welche geben. Es gibt die guten Nick-Nacks von Lorenz in wahrscheinlich allen Sorten. Die kleinen Tüten statt 1,99 Euro, 1,59 Euro Dauerpreis. Die große XL-Tüte statt 2,99 Euro haben wir die für 2,39 Euro Dauerpreis. Und wir haben da Milka Weihnachtsware. Den Weihnachtsmann in verschiedenen Sorten haben wir hier im Laden für 1,99 Euro. Online könnt ihr die kaufen. In der ganzen Kiste. Die 24er Kiste. Ich glaube 22 Euro ist der Preis. Unter 1,99 Euro war noch Schlag zu. Dann haben wir noch hier. Das ist top. Und das ist top. Den Becher, die Tasse, die ist richtig teuer geworden. Über 6 Euro Batstich. Kann ich euch anbieten. Aber leider nur im Laden für 3,99 Euro. Online kostet die 4,99 Euro. Weil da müssen wir einen größeren Aufwand betreiben, was die Verpackung anbetrifft. Sonst geht die Tasse kaputt. 3,99 Euro. Ihr spart richtig Kohle dabei. Und dann haben wir hier noch die Hasenohren. Die kosten 11,99 Euro normalerweise diese Packung. Gibt es die Woche für 5,99 Euro. Online und im Laden. Das ist sehr schön. Oder hier das Oreo Osternest. Das kostet normalerweise 5,79 Euro mindestens. Das können wir euch jetzt im Moment anbieten für 3,99 Euro. Kommt vorbei hier im Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Marburger Straße. Wir sind da. Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und schaut unbedingt in unseren Online-Shop rein. lebensmittel-sonderposten.de Jeden Tag über 100 neue Artikel. Manchmal mehr, manchmal ein paar weniger. Aber es kommt jeden Tag ein ganzer Haufen rein. Und wir erwarten wunderbare Ware noch in den nächsten Tagen. Wer natürlich ist Doktor... Ähm, nicht Doktor. Was wollte ich denn jetzt sagen? Tiefkühlpizza ist da. Top-Marken-Pizza wollte ich sagen. Tiefkühlware 1,59 Euro. Und es kommt jeden Tag noch neue Kühlware rein. Neue Getränke. Lasst euch überraschen. Kommt vorbei hier bei uns. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Und ich höre Benny.